Ist das Ihr Fall? Nein, ich war als erster vor Ort. Ich wohne nebenan. Wurde sie stranguliert? Eine Art Ligatur. Alter, was machst du hier? Was mach ich hier? Wir haben ne Woche frei. Du hast was gut. Oh, nein, 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 nein. Ich hab noch nicht zugestimmt. Ben, es ist nebenan passiert. Als Grace bei mir war, das bin ich ihr schuldig. Du machst heute Abend ne Menge Schulden. Es ist ihre Schwester. Es wäre komisch, wenn ich es nem anderen überlasse. Wir müssen also den Käpt'n bequatschen, dass sie uns den Fall gibt, weil du gerade ne berühmte Schriftstellerin datest? Ja, sie haben sie bereits befragt. Jetzt ist sie bei der Leiche. Hm, ich bin noch nicht überzeugt. Ben, du warst immer für mich da. Du lässt mich nie im Stich. Ich hab was gut.